Es geht schon wieder los mit unserem Brandgeruch und mit unserem Rauch. Heute Morgen war noch nichts zu sehen, dafür aber zu riechen. Jetzt geht es langsam wieder los. Fieser Brandgeruch und unser blauer Wasserdampf. Heute ist der 13.06.2019. Tja, kurz vor 9. Beziehungsweise, Quatsch, 9.35 Uhr, 34, keine Ahnung. Es ist die geile Wurst.